Rentner machen sich strafbar, wenn sie das Energiegeld doppelt kassieren. Ist das wirklich so? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Energiepreispauschale lässt uns auch nach dem Bundestagsbeschluss über die Energiepreispauschale für Rentner nicht los. Es schießen die wildesten Spekulationen im Internet, in Online-Zeitungen, in Foren zum Thema Energiegeld für Rentner ins Kraut. Wie Sie ja wissen, hat am 20. Oktober 2022 der Bundestag in zweiter und dritter Lesung über die Energiepreispauschale für Rentner und Versorgungsempfänger des Bundes beschlossen. Diese wird tatsächlich zum 1.12.2022 kommen. Die Auszahlung soll bis zum 15.12. für ca. 20 Millionen Rentenempfänger aus der gesetzlichen Rentenversicherung kommen. So wird unter anderem behauptet, wenn man neben der Energiepreispauschale als Rentner die Energiepreispauschale als Erwerbstätiger aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis doppelt kassiert, kann man sich sozusagen strafbar machen. Es wird sogar behauptet, dass der doppelte Bezug oder der mehrfache Bezug einer Energiepreispauschale als Rentner und als Arbeitnehmer rechtlich gar nicht möglich sei. Alle diese Behauptungen entbehren jeglicher Grundlage. Mit Rechtsstand 21.10.2022 ist die Rechtslage auch nach höchster Stelle. BMAS und Deutsche Rentenversicherung haben das auch so bestätigt wie folgt. Rentner, die am 1.12.2022 Anspruch auf die Energiepreispauschale wegen Bezug einer gesetzlichen Rente haben, können das Energiegeld auch aus anderem Grund noch mal kassieren. Und zwar, wenn sie im Jahr 2022 ein SV-pflichtiges Beschäftigungsverhältnis oder einen pauschal versteuerten Minijob oder einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen sind. Beide Energiepreispauschalen haben ihren Anspruchsgrund aus zwei völlig unterschiedlichen Gesetzen. Die Energiepreispauschale als Erwerbstätiger hat man nach den Paragrafen 112 bis 122 Einkommenssteuergesetz die Energiepreispauschale für Rentner nach dem Gesetz für die Energiepreispauschale für Rentner und Versorgungsempfänger, kurz genannt Rent-EPPG. Fürchterliches Wort. Das Bundesministerium für Arbeiten Soziales, sicherlich aus unserer Sicht eine hohe Stelle im Bund, hat in seinen FAQs sogar bestätigt, dass der Doppelbezug des Energiegeldes für Rentner möglich ist, wenn dieser zum Beispiel neben dem Rentenbezug noch den Anspruch auf Energiepreispauschale aus einer Erwerbstätigkeit hat oder hatte. Eine völlig andere Tatsache ist, dass der Doppelempfänger der Energiepreispauschale diese dann auch tatsächlich versteuern muss. Also meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte nicht von solchen Fake News und unqualifizierten Behauptungen verrückt machen, wenn Sie also zum Beispiel am 01.09.2022 von Ihrem Arbeitgeber die 300 Euro Energiepreispauschale als Arbeitnehmer erhalten haben und Sie dann am 01.12.2022 auch noch Rentner einer gesetzlichen Rente aus der allgemeinen Rentenversicherung sind, dann werden Sie die Energiepreispauschale bis zum 15.12.2022 noch mal erhalten. Aber wie gesagt, aus zwei völlig unterschiedlichen Gesetzen. Ob uns diese Lösung gefällt oder nicht, ist völlig egal. Der Gesetzgeber hat nun einmal diese beiden Varianten so geschaffen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.